Paulus begegnete auf seiner Missionsreise einer Frau, die einen Wahrsagegeist hatte. Und jetzt hören wir, was hier passiert. Diese Frau, die folgte dem Paulus und uns nach und sie schrie, diese Menschen sind Knechte Gottes des Allerhöchsten, die euch den Weg des Heils verkünden. Das tat sie viele Tage. Paulus aber tat das weh und er wandte sich um und er sagte zu dem Geist, ich gebiete dir im Namen von Jesus Christus, dass du von ihr ausfährst. Und der Geist fuhr aus zur selben Stunde. Warum tat Paulus das weh? Ich meine, diese Frau, die machte doch die Menschen auf Jesus aufmerksam. Die Antwort, die ist sehr einfach. Für Gott ist jede Form des Okkultismus und der Esoterik ein Gräuel. Gemäss der Bibel gibt es in der unsichtbaren Welt zwei entgegengesetzte Pole. Das göttliche und das dämonische, das Licht und die Finsternis. Und für Gott ist jede Form des Okkultismus, der Magie, der Esoterik, dämonischen Ursprungs. Egal wie schön sich diese Dinge kleiden, egal welche guten Absichten scheinbar dahinter stecken, Licht gehört nicht zur Finsternis. Lass uns deshalb auch in diesem Bereich kompromisslos sein.